Oh, oh, was ist mit dem? Schnell runterschmeissen, nicht schaden, runterschmeissen! Oh, oh, do you think I'm fleeing? I don't know what that thing is, but I'm sure Urban wants Ich bin zuständig! Geh es! Roger! das machen. war schlappen vor allem im märz auf schäfer irgendwie ist immer mehr so gar schwer vorlos habe ich jetzt schon wieder kommen jetzt scheiß ich drauf Jetzt ist es mir egal. Jetzt ist es mir so egal. Okay, verstanden. Verstanden, verstanden. Das Ding wird nicht mehr zu gehen. Was können wir tun, um es zu verlassen? Okay. Wir laufen einfach im Kreis. Wir laufen einfach im Kreis. Obwohl, ich nehme die Waffe lieber, weil ich glaube einfach, dass sie stärker ist. Oh Gott. Hat sie den Scheiss jetzt? Wir brauchen deine Hilfe! Ja, rein nur durch die Dummheit von der Scheisscheibe. Die ist so gestört. Gib mir eine Grenade! Die nervt mich wirklich schon. Die nervt mich schon so viel. Ich hoffe, ich mache das überhaupt richtig, was ich da mache. Ich glaube, ich muss nämlich hinten drauf schießen. Also ich habe die ganze Zeit jetzt Munition verschwendet. Okay, da muss ich nachschießen, dann hätte ich das Feuer gewusst. So. Wir haben eh genug Schrottgarn-Munition. Hoffentlich. Ich hoffe, dass das reicht. Schleicht. Schleicht dich. Ich habe keinen Bock mehr. Jawoll! Schleicht. Schleicht. Ich habe den Schleicht schiors. Schleicht. Ich habe den Schleicht auf die letzter Munition gekauft. Das ist wirklich, es ist echt Survival-Horror. Jetzt kommt der daher. Jetzt ist es viel zu spät. Nicht, ich möchte noch die Sachen holen. Da waren ja noch Sachen. Na geh. Super. Naja, immerhin haben wir das Kapitel beendet. Und, ja, freuen wir uns halt darüber. Ich sag Danke fürs Zusehen und wir sehen uns hier dann das nächste Mal. Euer Zlabus. Tschüss, Dankeschön.